Oh, da liegt noch was Ich hebe das auf Gruppenenergiekapsel Oh ja, da kann ich Gruppen mit versorgen Tufu Soll ich den mal auf die Fresse hauen? Nee, der Der hat dieselben Haare wie ich Den Rukai Kostümladen Das ist der Gerrit Gar nix, alter Medaillenladen Raumzeit Hallo Empfangsbereich Der lässt uns, die lassen uns jetzt hier im Kreis laufen Hallo Kuhnel Howdy Hau die Port mal her Ins Zeitnest Das heißt, ich bin jetzt Ups Die haben jetzt einfach einmal im Kreis geschickt, Mann Es ist einfach ein wunderschöner Charakter Es muss man einfach sagen Es gibt nichts, was schöner ist als ich Ich in virtueller Charakterform Einfach toll Da ist der Ramadam Und der Sierra Leone Da ist er Der Kaioshin von vor tausend Generationen Du bist zu spät In die Schuhe zu schieben, du kleiner Flegel Blablabla Du wirst mit einer ganz besonderen Mission ausgewählt Das ist eine große Ehre Du bist der erste Zweite Elite-Mitglied, dass du etwas versuchst Reise in die verschiedenen Zeitalter Blablabla Du hast eigentlich noch viel zu lernen Als erstes solltest du das wissen Anderes sind immer die, die vor dir gereist sind Blablabla Begib dich in die Zeitalter, in den Erinnerungen vorgenommen wurden Und gib alles, um diese zu beheben Okay, dann los Warte noch kurz Als zweites Ich wollte dir sagen Schon selbst in die Hand nehmen Kein Grunde feier zu sein Ich bin hier Und mein Wissen Ja, das kannst du teilen Und tatsächlich Na dann herzlich willkommen Das ist das Perfekte Ich spiele übrigens mit meinem Dragon Ball Controller Konsume Wenn du über die Zeitalter erfahren hast Dann wartet dein erster Job auf dich Eigentlich will ich nur wissen, wie man kämpft Ja, okay Angriffstraining Grundlagen Liegen wir los Mein Bauch macht komische Geräusche Da will glaube ich komisches Zeug raus aus meinem Bauch Angriffstraining Grundlagen Okay Ah, der schaltet alles stumm Das ist ja unlustig Das kommt aus meinem Controller raus, aber das will ich eigentlich gar nicht Was? Achso, wenn ich erst teste Ah ja, okay Okay Ach so, wie ist das? Wie ist das? Oh nein nein! Wo nervt das? Wie laut das hier rauskommt das höre ich sogar durch den Kopfhörer durch Einfach nur Vieheck drücken das kriege ich hier BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB Easy, man. Easy. Hä, warum hat er jetzt... Achso, war ich keinen. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Das ist ein wahrer Homo-Gin, Leute. Ein Homo-Gin. Oh nein, noch ein Feind. Oh nein, gleich drei Seibai-Matzen. Die muss ich ordentlich klatschen. Gar kein Problem, Alter. Achso, ich soll. Boah, es hat er. Power in Vessel, Leute. Äh, da geht mehr. Gibt es doch noch mehr Kombos, oder? Also... Wagen hier, Alter, außen. Oh, noch mehr. Oh, jetzt halt aber. Jetzt kommen aber die Brüder der Geschwister. Oh, ein Güldener, ein Blöder und ein Schwarzer. Darf man Schwarz überhaupt noch sagen? Oh, Mann. Oh. Bleib mal da! Bleib mal da! Bleib mal da! Bleib mal da, du blödes, mal scheiße riechendes Tier, Alter! Wagen hier. both lachen, Alter. und riechenden Tier 2 Ah, was der? Also, auch blödes, am schauen Sieg! Oh, was der? Oh, hast du gole geinni? Oh! Ah. Oh, wie ich sie alle KO mach, Alter. Pass mal auf. Du kriegst jetzt den Parapara-Tanz. Was ist ein Quatsch in der Banane drin, Alter? Oh, die weichen voll aus. Sie sind voll geschickt. Die kleinen Mistgebilde, die Viecher. Oh, great stress relief, huh? Just remember, super attacks require key. No key, no supers. That's all for now. Next we'll cover some more technical topics. Technikalische Taknigel. Geschafft. Ich bin ein erfahrener Prahlhans. Da hörst du das. Rang Z wie zentral betoniert. Das ist aber auch Regenbogen-Power war das. Warum kann ich nur den Parapara-Tanz? Warum haben die mir diese Attacke gegeben? Das ist voll dumm. Die braucht kein Mensch. Caulifla, over here! What gives, Kale? Huh? Kale? So I just talk into this thing? Aha, whenever you're ready. Hey! You punks hear me over this? If you got the guts to take the two of us on, then show your face! If you're so sure you can beat us, why don't you prove it? Come on! What did they say again? Kale und Caulifla, oder? Right! I heard they're all supposed to be pretty strong. That's what I like to hear. I'm ready to put some hands up. Me too. I can't wait to fight alongside you again, Caulifla. Well, what are we waiting for? Ready when you are! Hey, Kale! When you and me team up, there's nothing in the whole universe that can touch us. Right! I promise you, I'm going to keep getting stronger. Strong enough that even Goku and something can't beat me. That's right, Kale. Now you're talking! So what do you say? Let's show these Clowns just how tough we can be. Oh, I'm going to make a gay parade, oder? Yay! St. Patrick's Day. So, I'm going to go on. Welcome! My gelernt is to use. Anwendung, okay. Gut, gut. Fangen wir doch... Hä? Ist das jetzt nicht dasselbe nochmal, oder? Ich dachte, dass ich jetzt was anderes mache. Aber ich mache jetzt dasselbe nochmal, oder? Oder? Angriffstraining, Anwendung. Oder ist das was anderes? Okay, as promised, it's time to give theory into practice. Are you ready? First, let's practice some speedy actions. Your opponent is much more agile this time around. Wo ist mein Gegner? Da. Hier irgendwo. Neuer Feind! Sei bei, Mann! Bam, 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 bam. Bah! Do you think you can catch them? Do your best! Oh, no! 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 So, wie oft soll ich das jetzt noch machen? Oh nein, er wird schneller, oh Gott! Aura-Knall-Sprint. Okay. Ah ja, okay, benutzt einen Ausdauer. Zwei Möglichkeiten. Ah ja, okay, kann ich das auch... Ah ja, okay, kann ich auch währenddessen machen, alles klar. Oh, das kann ich mir niemals alles jetzt schon merken. Muss ich mich verteidigen? Oh nein, dicke Martins, Alter! Oh ja, machin! Wo ist mein Schuh? Oh, okay, stop, das ist zu wenig. Ah, ich muss nur noch mal raus, okay? Oh, da ist das, was ich? Oh, da ist das. 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 Oh, da ist das! Ah. Auf, auf, auf! Deswegen ist Online kacke, weil du hast genau diese fünf Ausweichdinger. Wenn du am Anfang teleportierst, hast du einfach schon verloren. Das ist bei Online-Kampf so blöd. Oh nein, Riesa-Soldaten. Raffberry! 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 Mit links, Alter, mit links habe ich das gemacht. Weiter. Okay! Jule, wie geht's dir? Das ist ein bisschen wie wenn du so kurz vor dem bayerischen Bierzell bist. So ist die Mucke da ja ein bisschen da heraus. Oh Gott. Ja, das ist, äh, Meister Caillou. Hä? Na ja, komm, ich mach einfach weiter. Äh, die geht schlafen? Wer geht schlafen? Was? Die Kunst des Kämpfens. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch Kunst. Ich bin doch nicht kreativ für sowas. Das ist es, die finalen Session. Gib dir alles, was du hast. Was ist das? Wer ist dein Gegner? Oh je. Du musst nur warten und sehen. Wer kommt jetzt? Son Goku. Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Jiren, Ultimate Shenron. Ein Mädchen mit jeder Haare. Ich muss deine Zeit, Patroller, um dich zu kämpfen. Schau ihnen, du hast, was es braucht. Als nächstes du benutzt, was du gelernt hast, du bist okay. Bereit? Beginnt! Habt ihr ehrlich gesagt jetzt was anderes erwartet? Hehehe, Nachbild. Hehehe, Nachbild. Er hat getroffen. Hehehe, Nachbild. Just a bit more. Now's the time to finish them off. Come on, Johannes. Finish! That's awesome. Weiß nicht, vielleicht ist das neu. Glad I can leave the patrol in capable hands. That's it for this challenge. Or it would be. Was, was, was? Ich bin hier beschäftigt, ich kipp das Sack schon wieder, ich wäre... Oh, hi! Okay, babababababam! Alter, die leidet voll! Gleich mal ein Supervolli-Energie-Batschen-Rutschen-Frupsen, Alter! Aber bringt gar nichts, weil es riefen, scheiß! Meteor-Crash! Hör-Kame-Hame-Hau! Jetzt pass auf, banz, banz, oder ratata, oh doch nicht! Alter, ich habe eine Frau geschlagen! Man kann mit Krillin, glaube ich, trainieren, aber er spielt ja, glaube ich. Gibt's ja dieses Mentor, also dieses Tutoren-Ding, oder? Gibt's doch hier. Wo du dann Sachen lernst von denen. Geschafft! Unser Gaylord macht sie... Oh, das reicht für Level 4, oder? Das reicht für Level 4. Yeah! Ich bin wunderschön und der Alex, der will mir gerne meine Puperze kitzeln. Wupp, wupp. Wie oft ich den Alex erwähne, ist mir beim Schneiden von Pokémon auch aufgefallen. Der ist einfach schon in meinem Gehirn drin, das ist ganz komisch. Hey! Wie geht's dir, Kerl? Kann ich mich nicht mal mehr bewegen. Wie geht's dir? Kuffla? Und... Kale? Mann, ich kann es nicht mehr nehmen. Ich bin so bereit, um einen dieser Super Saiyans 3. So, warte mal, was gibt's jetzt da so alles? Gar nix, oder? Ich muss die erste Quest, glaube ich, auf alle Fälle machen, sonst passiert hier sowieso nichts. Komm. Folge dem Beispiel deiner Kollegen! Yeah! Macht Platz für den Zeitsoldaten! Babababam, bam, 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 bam. Schwierigkeitsgrad ändern. Leicht, normal. Wir nehmen natürlich normal, ist ja klar. Auf leicht, oder? Verliere ich ja. Letzte Popel dein Gesicht! Pam, pam, pam. Ich bin gespannt. Wer ist das Raditz? Wer kommt als erstes? Müsste Raditz sein, oder? Ja. Oh, Pikulance! Unser Goku-Schanze! Pikulangata! Genau, und das ist jetzt der Grund, warum wir das spielen, weil die Zeit verändert wird durch diese böse Aura. Original-Ereignis war ja anders. Das ist für die, die es nicht wissen. Das ist das, was ich hier... Jetzt komm ich. Kampfkraft 7,5. Bam, bam, bam. Da bin ich. Hi, I am the gay Saiyan. The gay Jin. The gay Jin ist am Start. Oh Gott, wie wir auch... Ich würde... Oh, der arme Pikulo. Was muss er sich denken? Oh Gott, das ist mir so unangenehm. So tauchen wir da auf. Oh mein Gott. Oh, Anna. Das ist Anna. Anna, schau dir das mal an. Keiner nimmt uns ernst. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die ne... Ah. Die nehmt uns nicht ernst. Ja! No matter how much trash there is, it's still trash. Hey, can I get your help? Hey, can you even hear us? I'm clear. We can communicate with you this way from the time nest to give you advice. Wie kann man sich eigentlich aufladen? Äh, mir wurde gar nicht... Mir wurde gar nicht gesagt, äh... Wie man sich auflädt. Jetzt fällt mir das gerade auf. Wie lade ich meine KI auf? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Are you alright? Won't allow myself to die or the entire world bows to me. Listen. I only have one more of those left in me. Now, so you have to hold him still. Gott. You. I don't know who you are. But defend me with your life until I'm ready. Sogar aufgeladen, oder? Mir hat keiner gesagt, wie ich meine KI auflade. Trotzdem ficke ich ihn, oder? Kombo-Kenner. S-Rang. Ist aber schlechter als Z-Rang, oder? Das ist peinlich. Das ist echt peinlich. Das ist mir jetzt unangenehm. Ich gehe wieder offline. Das war mir jetzt peinlich. Ich bin kein Z-Rang. Ich bin kein Z-Kämpfer mehr. Ich bin nur noch ein kleiner, dahergeschissener Yamchu. Es ist wie, wenn du Yamchu bist. Einfach doof. Einer will Yamchu sein. Sei kein Yamchu. Die Haare stehen immer noch nach oben. So muss es sein. Auch bei einem toten Saiyajin stehen die Haare nach oben. Oh Gott. Das war ich. Der Gaijin. Ich bin der Gaijin. Merkt ihr meinen Namen, oder? Gaijin. Das bin ich. Der Gaijin von der Time Patrol. Merkt ihr meinen Namen? Als ob Piccolo ihn nicht sehen würde. Er steht genau hinter dir. Bruder Jakob. Oh, Turls und... Ich habe den Super-Namikianer-Namen vergessen. Fuck, wie hieß er denn bloß? Äh, aus dem Film Super Saiyajin Son Goku, wo er seinen Fake-Super Saiyajin-Modus bekommt. Weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Mit dem lustigen, äh, wo Gohan mit seinem kleinen Drachen dieses Pfeiflied macht. Nachbild ist einfach mega gut. Kann man immer brauchen. Nachbild fand ich bei Tankai G3 schon so mega geil. Was mein Kumpel da damals sich aufgeregt hat, weil ich quasi immer ausgewichen bin wegen Nachbild. Ihr Job ist, um zu korrekt, irgendwelche Inkonsistenzungen wie diese, die in der Time-Line verbreiten. Diese Zeit ging schlauend, aber die Kriege später in der Historie werden intensiv. Also, weiter mit deinem Training, weil nur die Stronger kann die Historie korrekt werden. Historie ist beim Augenmusik schnell. Aber seitdem du trainierst unter der größten Kai in der Universität ist, da sollte nicht viel zu bemerken sein müssen. Hahaha! Als lange du hörst meinen Geist, du kommst dir in deinem eigenen, und... Ja, wir verstehen. Du wirklich rammel, old man. Ach, man muss das... Ah, KI aufladen gibt's Auswahlattacken für. Jetzt, da war was. Genau, man kann sich nicht einfach so aufladen. Stimmt. Stimmt, da war was. Anyone, who laid eyes on you, would easily call you an old man. Don't even try to compare yourself to an adorable girl like me. Vielleicht, Alex, falls du das Spiel bei dir noch irgendwo liegen hast, äh, auf Playstation, vielleicht brauche ich dich am Ende dann für Platin. Kann gut sein. Je nachdem, wie weit ich komm. Weil die Online-Camp... Ich hab nicht vor, Online-Campfe zu machen. Das sag ich jetzt gleich, weil da rege ich mich nur auf. Vor allem sind da welche dabei, die spielen das Gefühl seit, seit 5 bis 6 Jahren. Äh, da, das macht keinen Sinn. Aber die Trophäen hätte ich halt, wenn, dann gerne. You gotta be bored half to death after listening to his speeches. Am I right? Allow me to walk you out. This way, please. Hey, wait. You can't just jump us out like that. Das Outfit gefällt dir sehr, gell? Kannst du stolz drauf sein. Wir nennen das Anna Banana Gaijin. Das ist einfach ein ultra geiles Outfit. Schau dir das an, oder? Ich leuchte voller Strahlkraft. Jeder erkennt sofort, it's rainbow time. Wenn ich kacken gehe, riecht's nach Regenbogen und Gänseblümchen. So sehen wir aus. Wie schnell wir gehen im Vergleich zum Boden. Ja, ich bin echt, ich bin so proud of us. Die Moral, die ich daraus lerne, ist, lass dich die Community entscheiden, wie dein Charakter aussieht. Sonst sehen wir aus wie Schwuckel ist. Ein Held rettete die Stadt. Das war damals ich. Das war dann die Geschichte von dem, den du in Xenoverse 1 gespielt hast. Ja. Was ist da jetzt für eine Statue? Random, oder? Zeigen sie nicht. Ich hab tatsächlich, äh, äh, damals, bei der Hochzeit meiner Schwester, hab ich wirklich auch ein rosa Hemd angehabt, unter meinem, unter meinem, äh, Jackett. Und es hat, es steht mir richtig gut. Ich seh einfach richtig geil aus. Warte mal, Spieler, die da übertragen haben, können jetzt halt aus dem Feuer als Helden verwenden. Ja. Ja. Held Erdling. Äh, sowas eklig ist. Sind das wirklich... Warte, das sind richtige Typen, oder? Das sind Online-Charaktere. Der sieht ja random aus. Ah, warum ist denn der männliche Fett? Komm, Freezer ist unser Held. Warte mal, was? Egal, ich nimm ihn. Du musst deine Geräte-Jungle löschen, wenn du einen Helm auswählen willst. Ist doch scheißegal. Was bringt mir das jetzt, wenn ich das mach? Ja, mach einfach, hä? Tun so, als wäre das hier jetzt voll, bla 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 bla. Aber eigentlich ist es nur, parampapampam. Alles palampalampampam. Mehr ist das alles gar nicht. Mir ist das alles gar nicht. Vielen Dank.